Seh! Tina! Kroko! Abhauen! Na! Drum! Digis! Tullo! Schutten! Hab ich! Schwarze Falsschuhe! 45 St. Doro! Yeshi! Action! Ich mag nicht adoptieren. Und ich muss immer wieder erklären, warum ich schwarz bin und meine Eltern weiss. Yeshi ist ungefähr so alt wie ich, mega abenteuerlustig, richtig tough und sie kann rennen wie der Blitz! Achtung! Kroko-Alarm! Was ist denn hier los? Überhaupt die Polizei! Yeshi wird beschimpft. Ihr werden die Turnschuhe geklaut. Ich habe eine glitzerluftige Idee. Lasst es uns doch gemeinsam rausfinden. Sorry, 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 Mami! Es tut mir oh, 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 oh! Endlich leiden Sie zu spät! Sorry, 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 sorry!